Disney und Pixar bringen eine weitere Digital Collectible Series auf den Markt. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Marvel Collectible Drop an. Und wir haben noch sehr viel mehr News heute in diesem Video, unter anderem auch für Funko. Das und noch wirklich sehr, sehr viel mehr heute alles in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein Vivi Uchi. Und zurück hier in Deutschland im Studio, hier im Office. Ich bin heute Morgen 6.40 Uhr deutscher Zeit gelandet und man hört es vielleicht auch schon, ich bin ein bisschen auf jeden Fall angeschlagen. Ich hoffe mal, dass das jetzt in den nächsten Tagen wieder vorbeigeht. Nichtsdestotrotz, ich habe auf jeden Fall heute eine Menge, Menge Sachen mit dabei, worüber ich sprechen möchte und natürlich auch News mit dabei. Und ich würde sagen als erstes erstmal einen herzlichen Dank auf jeden Fall jedem, den ich auf der neue Comic-Con getroffen habe. Auch aus der deutschen Community, sei es zum Beispiel Ali, sei es zum Beispiel WC-Ente oder auch zum Beispiel den guten Felix. Vielen Dank auf jeden Fall für diese sehr, sehr coole Zeit. Grüße gehen raus übrigens auch an den Dr. Prophet, der war übrigens auch vor Ort. Wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit und ich kann auf jeden Fall nur sagen, es hat sich absolut und hundertprozentig gelohnt. Und für die Leute, die sich interessieren, okay, was war denn jetzt auf der New York Comic-Con so alles los. Ich habe dazu ein Recap-Video gemacht, unter anderem, ja, mit dem Patrick aka Night Raider und auch dem WC-Ente. Dort haben wir unter anderem auch über exklusive Insights gesprochen, die wir bekommen haben, teilweise. Diese findet ihr mehr am Ende des Videos. Wenn ihr euch generell für die New York Comic-Con interessiert, was da so alles los war, dann schaut euch auf jeden Fall das Video gerne auch komplett an. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir uns auf jeden Fall auch die nächsten Themen einmal an. Und zwar nämlich den letzten Podcast, den ich aufgenommen habe, und zwar nämlich mit All-In-NFT. Ich hatte ihn ja selber schon zu Gast hier auf meinem Channel. Schaut euch auf jeden Fall auch sehr gerne das Video hier auf dem Channel an. Ich werde es euch unten hier einmal verlinken. Ansonsten war ich jetzt bei ihm zu Gast. Ein sehr, sehr spannender Podcast gewesen. Schaut auf jeden Fall sehr gerne rein. Link dazu werdet ihr natürlich auch unten in den Shownotes finden. Ansonsten würde ich auch sagen, schauen wir uns direkt den nächsten Disney- und auch Pixar-Drop an. Und dieser ist seltsamerweise tatsächlich jetzt schon angekündigt worden, obwohl er erst für die nächste Woche ist. Und zwar nicht am Freitag, dem 27. Oktober um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Und hier sehen wir nämlich die nächste Incredible Series von Disney und Pixar. Das Ganze wird hier insgesamt mit drei Collectibles droppen, wie gesagt am 27. Oktober um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Wir sehen hier unter anderem als erstes einmal Jack-Jack als Rare und auch animiert plus Sound. Das Ganze wird hier eine Editionzahl von 2004 haben und einen Listenpreis pro Blindbox von 30 Jams haben. Unter anderem natürlich hier auch eine First Appearance-Sign. Als nächstes haben wir dann hier Violet als Ultra. Diese ist unter anderem hier auch teilweise jedenfalls animiert mit diesem Ball. Der ist ja teilweise jedenfalls animiert. Ansonsten haben wir hier einen Listenpreis, wie gesagt wieder von 30 Jams. Eine Editionzahl von 1.198 Stück und eine Ultra sowie eine First Appearance. Als letztes haben wir dann hier noch Dash als Secret Rare. Der gute wird eine Editionzahl von 598 haben. Unter anderem auch eine First Appearance-Sign. An dieser Stelle auch ein sehr interessanter Drop wieder. Für mich persönlich aber ein Skip, weil der letzte Drop auch nicht super gut gegangen ist. Und für mich persönlich das sowieso einfach ziemlich uninteressant ist. Als nächstes würde ich aber sagen, schauen wir uns auch direkt den nächsten Comic-Drop an. Und zwar nämlich mit der First Appearance of Agent Venom aka Flash Thompson. Und zwar ist das nämlich Amazing Spider-Man Hashtag 654. Und das Ganze ist aus dem Jahre 2011 hier nicht täuscht. Das ist das Release-Datum, wo das erste Comic der Series released wurde. Das Ganze wird am Dienstag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen. Und wir haben an dieser Stelle natürlich wie immer auch exklusive Rare wie auch Ultrack. Mir persönlich gefällt ja das Ultrack-Cover extrem gut. Und wir haben hier an dieser Stelle eine Editionzahl von 7.500 Stück. Und einen Listenpreis von 6,99. Natürlich hier an dieser Stelle wie immer. Wir hatten bei den letzten Covern einen Listenpreis von 20 und auch 10. Hier haben wir jetzt aber wieder den Standardpreis von 7 Gems. Die Go-Collect-Daten sind hier nicht allzu vielversprechend. Wenn man sich das gesamte Thema anschaut in 9.8 mit 423 Grades. Was jetzt schon auf jeden Fall nicht wenig ist. Aber trotzdem im Verhältnis zu setzen ist hier zum Preis von 75 Dollar. Da ist das tatsächlich dann einfach nicht wirklich viel wert. Für den einen oder anderen, der das Cover vielleicht cool findet, ist das auf jeden Fall etwas. Für mich persönlich ist das Ganze aber auch ein Skip. Ich werde mir aber die Ultrack dann im Nachhinein im Marketplace holen. Ansonsten kommen wir noch zu einem ganz kurzen Reminder. Und zwar nehme ich zum Aladdin und auch Neverland Character Series Job. Beziehungsweise zum Pencil-Job. Denn am 23. Oktober, das heißt schon morgen, wird hier der letzte Pencil gejobbt. Und zwar nehme ich der grüne. Und ab dort wird es dann wahrscheinlich auch möglich sein, den Crafting Table bzw. den Zeichentisch zu craften. Ich werde dazu, wenn es möglich ist, auch schnellstmöglich ein Video hochladen, wie ihr das Ganze machen könnt. Und eventuell bekommen wir dann tatsächlich auch schon heute das Announcement dazu, was man denn damit dann eigentlich machen kann. Es gibt ja viele Spekulationen und Mythen, die sich darum ranken, was da jetzt genau kommen wird. Ich persönlich denke, dass da auf jeden Fall eine Utility kommen wird. Es liegt natürlich aber hier ganz bei jedem selbst, ob man hier bei diesen Sachen dann mitmacht und da ein bisschen drauf gambelt, auf die Stifte jetzt schon günstig einkauft. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich persönlich habe mir auf jeden Fall von jedem Stift mindestens einen geholt. Ansonsten von dem einen oder anderen sogar ein bisschen mehr. Und das ist natürlich an dieser Stelle aber auch ein Gamble, möchte ich ganz klar sagen. Da muss jeder für sich selber Verantwortung übernehmen. Kommen wir nun zu einem Thema, was den Marketplace angeht bzw. das Verkaufen nach einem Job. Es wurde nämlich nun geändert, dass man 20 Minuten, nachdem der Job war, erst sein Collectable verkaufen kann. Damit soll im Prinzip verhindert werden, dass jeder, der im Prinzip das Collectable bekommt, es sofort listen kann und dementsprechend auch teilweise einen Vorteil ausnutzen kann, den andere Leute, die den Job noch nicht ausgeliefert bekommen haben, nutzen können. Denn Leute, die natürlich den Job als erstes haben, können es deutlich höher listen und dementsprechend den Preis künstlich hochhalten. Und das soll damit im Prinzip vermindert werden. Nach 20 Minuten haben eine große Anzahl von Leuten auch den Job schon ausgeliefert bekommen und dementsprechend ist es dann auch deutlich fairer. Warum es davor auf 10 und jetzt auf 20 geändert wurde, kann ich mir auf jeden Fall an dieser Stelle so erklären. Da natürlich nach 20 Minuten einfach deutlich mehr Leute schon den Job dann bekommen haben bzw. ausgeliefert bekommen haben, als nach 10 Minuten. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass man so gehandhabt. Ist jetzt zwar etwas ungewohnt, ist aber meiner Meinung nach kein schlechter Schritt. Ansonsten kommen wir zu den Funko Pops. Diese sind ja nun sold out und das Ganze hat mich persönlich auf jeden Fall überrascht. Nach nicht mal 48 Stunden war das ganze Ding hier mit 3000 Editions ausverkauft. Das Ganze war ja leider nur in den USA verfügbar. Manche Leute haben das aber über eine Drittfirma dann sich bestellt. Unter anderem ich auch. Ich werde sehen, ob das Ganze dann ankommen wird. Ich werde natürlich selbstverständlich, wenn das Ganze hier ankommen wird, auch ein Opening live mit euch machen. Unter anderem wird es auch in den nächsten Livestreams einige Giveaways geben. Deswegen seid auf jeden Fall unbedingt am Start. Und bleiben wir nochmal ganz kurz bei den Funko Pops. Und zwar kommen wir nämlich nochmal auf zwei Sachen zu sprechen, die ich unter anderem jetzt hier auch nochmal zu den Funko Pops mit eingliedern wollte. Und zwar hat nämlich Marvel offiziell auf ihrem Twitter wie auch Instagram Account hier Werbung gemacht für Vibi. Hier haben wir unter anderem einen Post, Looking for official license digital collectibles to add to your collection. Und erwähnen dann hier Vibi, wie sie hier mit denen in der Stage waren. Haben unter anderem hier auch einen Livestream gehabt, der im Prinzip die neue Comic Con insgesamt abgebildet hat. Hier hatten sie aber jetzt auch ein Clip nochmal eingefügt, wo sie die Iron Mans mit Funko sozusagen vorgestellt haben. Das Ganze hat aber natürlich auch nochmal Funko selbst gemacht. Und wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, wie viele Leute das eigentlich gesehen haben. Hier bei Funko insgesamt 177.000 und Funko hat hier auf Twitter 1,2 Millionen Follower. Und bei Marvel ist es tatsächlich auch nochmal ganz nett, 325.000 Views. Und diese haben insgesamt 18 Millionen Follower. Auf Instagram, wie gesagt, wurde das Ganze auch gepostet. Dort haben tatsächlich sogar die Short-Videos teilweise über eine Million Klicks. Dementsprechend sind bestimmt einige Leute auf jeden Fall auf Vibi aufmerksam geworden. Beziehungsweise haben jetzt auf jeden Fall den Namen schon mal gehört, was auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist, meiner Meinung nach. Und für die Leute, die sich jetzt interessieren dafür, okay, was hatte denn das jetzt eigentlich für einen Effekt hier wirklich von Marvel wie auf Funko das Ganze zu posten. Ich würde gerne da irgendwie ein paar Zahlen sehen. Da muss ich euch Leute tatsächlich momentan noch enttäuschen, denn der Vibi X-Tracker ist hier gerade überhaupt nicht aktuell. Wir haben hier das letzte Update vom 14.10. gehabt. Die Kelly weiß auch schon Bescheid und ich werde euch natürlich dann, sobald wir hier die aktuellsten Daten haben, auf dem Laufenden halten. Und eventuell haben wir hier einige überraschende Zahlen. Als nächstes kommen wir dann noch zum nächsten 1 zu 1 Artwork. Und das ist dieses Mal von Adi Granow von Incredible Iron Man Hashtag 80. Für die Leute, die auf jeden Fall etwas mehr Geld in der Tasche haben, werde ich auf jeden Fall den Artikel auch unten einmal zu diesem Artwork verlinken. Ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir das gesamte Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei euch da draußen fürs Zusehen. Und wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.